So, 3, 2, 1, willkommen zurück bei Shopping Tycoon. Da es in letzter Zeit einige Updates bzw. neue Features gab, habe ich mich entschlossen nochmal komplett neu anzufangen. Also ein neues Kaufhaus zu gründen. Wir machen nochmal leicht. Tutorial. Mittel. Wir machen nochmal leicht. So, so, so. Dann, da, da. Hier ist unser Kaufhaus. Dann fangen wir an. Registrierkassen. Gott, jetzt fängt das komplett neu an. Na gut. So. Wende, 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 Wende. Nein, was ist das? Kleiderständer. Patsch. Das ist schon größer machen. Fließen. Kapazität. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 2, 3, 2, 3. 2, 3, 3, 3. 2, 1, 3. broken. 2, 4, 1, 3, 3. 3, 4, 2, 3. Verkäufer, ja ist ja gut, Freinemacherfrau, Sicherheitsmann, Daraus, Bedürfnisse, ja ist gut wir wollten doch Wände machen, Wände so, 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 da, 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 okay, weg erstmal ganz klassisch, weise Wände So, Fußböden, hier weg, Fußböden machen wir auch, erstmal ganz billige Ebenen. Ah, weiß doch was an dir. So, Achtung, Bausache, Berufszentrum, Dürfnisse. Jetzt machen wir hier ein paar Lampen hin. Lampen über das Klo. Wollen wir hier hin? Wollen wir hier hin? Wollen wir hier hin? Wollen wir hier hin? Gut. Hm, Kassendekoration. Lassen wir hier. Ja, das wissen wir doch alles schon. So, können wir auch nicht bauen. Und dann noch ein paar Löcher hier. Da-da-da-da-da. So, Teddybär. Teddybär. Verlinke ich die Tür hier hin. Was zum Essen? Gibt's das schon? Nein. So. Dann bauen wir noch ein bisschen Kleidung. Also, wir hatten das billige... Machen wir noch ein Klingelsregal daneben. Oh, ein bisschen was Größeres, ne? Ne, so geht das nicht. Level 2, ja, ok. Achso, das muss hier erstmal noch gebaut werden. Parkplatz voll. Schön. Ich schau mal kurz auf die Listen. Neue. Neue. Ok, Platz 33. Ich weiß nicht Ah, vor weh Aha Warum? So Das machen wir dann, wenn's soweit ist Der Noventer Lalala Gastronomie So So Kauft Zack 65 60 Zack Zack Ne, liegt Level 2 Parkplätze noch Oh So Beleuchtung, Sicherheit Wo war die Klimaanlage? Da 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 So Ja, wo muss ich Einste Ach so Ach so, die müssen ja noch gebaut werden Dann mach ich mal einen Turbo rein Zack, zack, zack Komm los, kassier die Leute ab Zack, 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 komm los, kassier die Leute ab Quick one, yeah So Neue Etage Neue Etage Jetzt zu Na 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 Du Na Und Na Na Da Na So. Patsch, Patsch, Snacks 10 passen rein. Da, haben wir keinen Problem. So, erste Woche zu Ende, ich sag tschüss und tschau bis zum nächsten Mal.